Hallo Leute, ich komme zu einem neuen Video. Hallo Leute, ich komme zu einem Video. Heute wollte ich, ähm, ja, mein 20 Subscribers-Specials zeigen. Ich bin jetzt ein bisschen, ja, schon übertrieben. Ich habe 8 Subscribers mehr. Und ich weiß gar nicht, wieso ich, habe ich mein 11 Subscribers-Specials gemacht. Sollte er 10 Subscribers-Specials sein. Aber ich hatte meinen Glückwunsch, also. Heute gibt es mein Tablet-Med. Also heute, es wird jetzt zwar nicht so special, aber ich, ich will viele halt meine Tablet-Maske, die ich benutze. Die Maske auf meinem Tablet. Halt, das ist jetzt hier auf meinem Bett. Der Tablet, der ist auf meinem Bett. So, jetzt, ich, ja, ich sitze hier vorne, der Tablet, nee, ich sitze hinten, der Tablet ist vor mir, ich rede. Und ich werde euch jetzt meine Tablet-Maske zeigen. Okay, Leute, ich gebe euch, ja, ein Maske-Mobil. Also, die Maske wird jetzt auf dem gleichen Bett liegen. So, steht da. Max-Mobil. Also, ich muss hier mal gut herstellen. Ja, und hier. Das hier ist die, ja, das hier ist die Maske, die ich für mein Tablet benutze. Cool, oder? Also, bald kommt auch irgendein anderes Reveal als Special. Ich habe gepupst. Okay. Auf jeden Fall, bald kommt ein neues Reveal für irgendwas. Für was weiß ich nicht. Aber das ist meine Maske. Cool. Also, ich würde euch bitten, liked und subscribe und checkt meinen neuen Kanal aus. Jakob, ich sag's einfach auf Englisch. Jakob Kroetja. Also, checkt ihn einfach aus. Dann schreibt ihm Jakob Kroetja. Und, hab drei Videos. Das erste, das gut angekommen hat, sehen. Ja, Dinge gekriegt. Aber auch, falls ihr wollt. Also, ich würde euch ein bisschen vielleicht sowas machen. Also, ich will, dass hier einfach unbedingt irgendein Video kommt. Weil, ich hab jetzt viele gelöscht. Und viel umbenannt. Weil, weil ich hab mir gedacht, halt, ah, zu blöd für meinen Kanal. Nein, ich bringe ja nicht andere. Zum Beispiel, jetzt fragte ich bestimmt, was ist mit den Survival Craft Series? Die ist Part 1. Das hab ich ja gelöscht. Und das zweite ist auch weg. Also, die, die hab ich gelöscht. Und, die Videos, die, die werden noch vielleicht so, ja, dieses Part 1 und Part 2. Unsere Wahlkraft wird noch ein bisschen herum sein. Das wird gelöscht. Also, gebannt. Weil, die werden ganz nicht gelöscht. Die Maps, das kann man nicht. Man sollte, wir sollten halt so, äh, weißt du, wir sollten so auch ein Series machen. Und dann, für, für, für irgendwelche Spiele, die safer sind. Ein Verhalten, wo man nicht sowas hat. Zum Beispiel, für Space Flight Simulator. Wird vielleicht noch heute ein kleiner Video rauskommen. Und, ja, bald gibt es auch wieder ein Livestream. Vielleicht, da ist ein Monat, da, zwei Monate. Also, ja, dann, dann gibt es einen brandneuen Livestream. Also, ich weiß, das sind jetzt nicht Livestreamer, aber es sind lange Videos. Und ihr könnt euch ja mal sagen, dass es Livestreamer sind. Ihr könnt euch sagen, es sind Livestreamer. Es sind einfach nur Livestreamer. Also, okay, dann. Im nächsten Livestream hab ich mal geplant. Also, sag euch, was ich geplant habe. Jetzt hab ich noch nix geplant, aber ich glaub, wir werden so vielleicht so ein 50 Minuten langen Livestream hab. So, vielleicht, wo ich nur Plane Crazy oder Biggie Map baue. Also, auf jeden Fall, schreibt es einfach in die Kommentare von diesem Video. Wenn ich keine Kommentare sehe, werde ich, da werde ich machen, dann werde ich kein Livestream machen. Also, es muss zumindest ein Kommentar sein, wo irgendwas steht, weil ich will eine Piggy Map bauen. Also, schreibt in die Kommentare, wenn ihr nix schreibt, wird es entweder nichts geben. Aber wenn ihr liked, dann werde ich machen, was ich will. Halt, wenn ihr liken oder Kommentar schreiben. Wenn ihr Kommentar schreibt und wenn ihr ja auch ein Kanal habt, dann werde ich sicher darauf gehen. Und wer zu subscriben auf den Kanal, ja. Aber, ja, ich hatte geplant jetzt. Also, für den Livestream hatte ich wirklich geplant. Was ich wirklich geplant habe, ist, dass wir, das aufregend, ein Starship in Sp... Was? Nein. Ein Starship in... Halt so ein Starspaceship? Oh, nee, eine... Dings. Erinnert ihr euch auf diesen ein Video, der ist jetzt verschwunden? Der ist jetzt nicht mehr, glaube ich, hier. Ich weiß nicht wie. Auf diesen ein Video, wo ich eine Rakete gebaut habe. Eine Rakete. Ja, und da habe ich ja gesagt, wenn ihr das Video ein Like kriegt, dann werde ich euch zeigen, wie könnt ihr die Rakete bauen. Also, auf jeden Fall, das habe ich gesagt. Und falls ihr mehr von Scary Teacher erwählt, ähm, lösche ich auch. Ich will halt, mein Maximum, ich will einfach gute Videos haben. Halt, deswegen gebe ich mich für den Text sehr viel Mühe. Ich benutze X-Recorder für das Ganze. Mobizen benutze ich nur für so Videos, die nicht so cool sind. Weil Mobizen ist schlechter als X-Recorder. Keine X-Recorder, nur wenn man Mobizen Pro ist, aber halt Mobizen Pro-Jong. Aber ich würde sagen, ich habe mein Flugzeugvideo noch nicht rausgebracht. Weil ich würde es noch ein paar Tage dauern. Ich meine, ich weiß es nicht. Ich habe es nicht gefunden. Das Handy geht jetzt wieder nicht an. Man muss die Batterie raus und wieder rein tun. Und ich weiß nicht, wie man den aufmacht. Also, man kann ihn aufmachen, aber wie... Halt, ich brauche... Ich muss direkt wissen, wo ich anfassen soll. Halt, dass er aufgeht. Aber... Weil... Wisst ihr... Ich werde jetzt fast... Ich glaube, so nächstes Jahr gibt es keine Videos. Also doch. Aber... So wenn Corona aber stiller wird, da gibt es keins. Halt, weil ich bin jetzt in Urlaub. Ich bin jetzt in Urlaub in Kroatien. Urlaub. Versteht ihr? Und deswegen habe ich auch meinen neuen Kanal gemacht. Weil ich in Kroatien nehme ja meine Oma und Opa. Da bin ich jetzt auch. Aber... Ja, deswegen würde ich mich bitten, dass ihr das subscribt. Weil... Ich diesen Kanal externe Quartien erfunden habe. Ich plan so immer... Videos zu haben, die 10 Minuten lang sind. Also... Tschüss. Bleibt subscribt. Tschüss, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss. 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 Liked, subscribed, nicht vergessen.